Wann gehört man zu den Gruppen, die Allahs viel gedenken? Ihr solltet wissen, liebe Geschwister, wir haben sowieso als Muslime einige Taten, die sind Pflicht. Und diejenigen, die diese Taten versuchen, intensiver zu machen, wie zum Beispiel jemand, er fastet auch außerhalb des Monats Ramadan. Wenn er zu diesen Fastenden gehört, dann wird er Yawmul Qiyama durch den Baab, durch die Tür vom Fast durchgehen, Farrayyan. Und das ist eine besondere Auszeichnung für ihn. Warum? Weil er war von den Leuten, die das häufig gemacht haben. Das heißt nicht, dass man das jeden Tag machen muss, aber man sollte das häufig machen, damit man auch zu diesen Leuten gehört.